Auch nicht schlecht. Was jetzt? Au! Polizia, Polizia! Der Fette muss auch noch dran glauben. Oha. Oh, die schlucken aber viel, Alter. Nicht cool. Die schlucken viel. Die schlucken zu viel, Alter. Na, scheiße. Verdammt. Aber schön mit dem Flammenwerfer einmal durch. Dann ist alles gebacken, ne? Aber nein, natürlich nicht. Oh, Mann. So, nochmal. Da explodiert irgendwas. Wir bleiben jetzt einfach mal im Bus und schießen vom Bus alle ab. Haben wir mehr Deckung. Hoppa. Wir kriegen ja auch auf die Fresse. Scheiße. Oh, Mann. Strain Prey auf jeden Fall. Triggerpoint, hallo. Triggerpoint. Bleib ich hier? Ich bleib einfach da. Mal gucken. Wieso schlucken die so viel, Alter? Und wieder kriege ich nur auf die Fresse, Alter. Ah, das sind unsere. Sorry. Oh, sonst verlieren die wieder gleich. Wasche ich mal einfach vor. Wieso lauft ihr zurück, Alter? Hallo? Lol. Egal. So, leere Straßen auf jeden... Wer schießt hier auf mich? Leere Straßen auf jeden Fall. Ich will hier rüber. Ruhe. Ein Einzelner schießt auf mich. Ja, klar. Da ist er. Ich würde jetzt am liebsten auf ihn schießen. Irgendwie an die Beine oder so. Lol. Scheiße. Den hat's getroffen. Alter, der hat da irgendwas in der Brust stecken. Nicht cool. Ach, das ist der, der irgendwas im Gesicht hatte. Ich wollte dir nichts sagen, aber... Du hast da was. Oh, scheiße. So ein Rohr. Der ist fertig mit der Welt. Los! Ah, das ist jetzt... Äh... Ja, egal. Renn da her. Wir sind ein bisschen mitgenommen, deshalb hört sich das alles ein bisschen anders an. Nicht ins Kreuzfeier kommen. Wir haben unsere eigene Mission. Rüber da. So, einmal... Das finde ich immer so unlogisch. Bei Filmen oder so. Auch in irgendeinem... Ja, bei Filmen meistens. Nein, du darfst dich eh nicht töten. Äh, bla bla bla. Aber irgendwie in die Beine schießen ist ja nicht direkt töten, würde ich sagen. Wo ist er? Da ist er doch. Äh... Er ist entkommen. Willst du mich verarschen? Da steht der, Alter. Der steht da, Alter. Lol. Ernsthaft? Scheiße. Egal. Fuck, wo muss man hin? Da muss man hin. So, ich übersehe jetzt einfach mal. Ja, Zwischensequenz ist klar, ne? Da ist ein Zug. Ist es der? Ich weiß es nicht. Batz, batz, batz. Leertaste. Auf geht's. Und tschüss. Da ist die Bombe. Attrappe? Oh, oh. Scheiße. Das ist also in Paris geschehen. Mission Donnerlauf. Hm. Nicht so cool. Also einer von unseren Leuten ist draufgegangen. Also von der russischen Seite irgendwas. Vor 10 Stunden. 80.000 Toten. Explosionsort war die Euronext-Börse. Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitze seid echt noch kranker, als euch nachgesagt wird. Ich will verhindern, dass das gleich in New York passiert. Wer glauben Sie hat das getan, Sergeant? Die PLR von Solomon. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn. Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant. Denken Sie doch mal zurück. An die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Nicht Dima. Und wir sind zurück in der Bank. Ladebildschirm. Lass den Scheiß. Okay, wir sind doch nicht in der Bank. Yeah. Jetzt geht es erstmal schön auf die Presse, würde ich sagen. Sind jetzt also Müller. Okay. Also ein bisschen Unterstützung haben wir auf jeden Fall. Okay. Das ist okay. Wir sind zwar nicht in der Park. Es geht dann. Wir sind jetzt in der Kofferbombe. Wir sind ja noch nicht in der Park. Wir sind ja noch nicht in der Park. Ich bin ja noch nicht in der Park. Wir sind ja noch nicht in der Park. Ich hör dich. Vor uns Feinde, ich seh nix. Wir haben hier einen Zoom. Da hinten ist noch ein Transporter. Wow, schon wieder. Leute, ich seh keine Feinde. Was denn? Zoom. Wow, da sind Feinde. Alter, dammit. Los, abfeuern. Ach, wir bleiben jetzt einfach... Au, wir kriegen hier direkt mitten auf die Fresse. Wieso gehen die denn nicht drauf? So, der ist fertig mit der Welt. Der haben wir verfehlt. Oh ja, wir kriegen gerade richtig auf die Fresse. Ah, da war ein Hugel. Scheiße. Verdammt. Ich bin gestorben. Dammit. So, direkt weiter, bitte. Bleiben wir jetzt mal ein bisschen hinten. Von da kommen sie, oder? Okay. Dann Chi, okay. Ja. Okay, wir haben noch ein Mini-MG dabei. Von da kommen sie. Scheiße, auf die Distanz treffe ich den einfach nicht. Der sitzt. Boah, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen weiter vor. Würde ich mal sagen. Aber so treffe ich nur ganz schlecht. Boah, wir kriegen den richtig auf die Fresse. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ne? So, der ist weg. Der ist auch weg. Der ist weg. Jetzt machen wir alle One-Shot. Ja, Nigga. Also, Nigga, im Sinne von irgendwie Gangster-Slamm und so. Ein bisschen mit der Mini-MG draufballern. Lol. Wo ist denn der hin? Hallo, ich seh den nicht mehr. Leute. Ich seh den nicht mehr. Der ist ja weg. Dammit. Terminalsicht einschalten. Wie denn? Mit. Ach so. Wow. Da sind welche. Ja. Ja. Der wird drüber. Scheiße. Der sitzt. Und der auch. Nachladen, nachladen. Ach, da war ein Trümmer im Weg. Der sitzt auch. Yeah. Der war schön. Aus dem Weg. Aufräumen. Aus dem Weg. Aus dem Weg.